Herzlichen Glückwunsch, Berufung in die deutsche Nationalmannschaft AK50, Axel Hitzau. Und ich darf mit Minus 2 spielen. Finde ich jetzt nicht ganz so lustig, aber hilft nix. Axel hat gerade gesagt, so wie ich, anfangs ist er ein kompletter Autodidakt. Das heißt, du hast dir alles selbst beigebracht. Über Fernsehen oder so, wo ich gesehen habe, das könnte mir gefallen. Gut Golf aus dem Rottaler Golf Club. Ihr seht, es ist noch ganz schön neblich, aber es ist auch noch ganz schön früh. Und der Nebel wird wegziehen. Das haben sie zumindest gerade auf der Herfahrt im Radio gesagt. Also perfektes Wetter heute im Idealfall für eine registrierte Privatrunde auf einem wunderschönen Golfplatz hier bei Eggenfelden. Ich möchte ja Scratch-Golfer werden, Handicap von Null schaffen, deswegen spiele ich diese ganzen registrierten Privatrunden. Und heute hier eben auf dem Rottaler Golf Club. Das war übrigens mein allererster Heimatclub. Also hier hatte ich damals eine Fernmitgliedschaft und habe auch ganz viel hier gespielt. Und es ist ein wunderschöner Platz. Ihr lernt ihn dann gleich kennen. Und ich habe einen tollen Partner heute, Axel Hitzau. Und schaut mal, wenn man hier reinfährt zum Golf Club, dann sieht man gleich schon mal das. Aus dem Auto raus muss ich das noch schnell filmen hier. Herzlichen Glückwunsch, Berufung in die deutsche Nationalmannschaft AK50, Axel Hitzau. Ja, Chapeau. Hut ab. Axel Hitzau, also. Ich bin mal sehr gespannt, was er gewonnen hat, was er schon geschafft hat und vor allem wie er Golf spielt. Und ich bin auch gespannt, ob er auch eine registrierte Privatrunde spielt, weil das weiß ich jetzt noch gar nicht. Also noch ist er oben, er muss noch arbeiten im Sekretariat. Da ist gerade ein ganzer Reisebus gekommen mit mutigen Golfspielern und ich freue mich, wenn ich ihn dann gleich treffe. Gut Golf, ihr könnt kommentieren, ein Abo da lassen. Und ich sage das immer so dazu und blende immer diese kleine Box hier ein. Gerade dieses Abonnieren des Kanals ist wirklich, wirklich wichtig. Also ihr unterstützt mich da sehr. Wenn ihr einen Google Mail Account habt, dann abonniert den Kanal, abonniert den YouTube Kanal. Klickt einfach auf Abonnieren und dann diese kleine Glocke. Dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Gut Golf. Pünktlich zum Start zieht der Nebel also auf. So langsam. Die Sonne blitzt da schon so ein bisschen durch. Also wir werden bestes Wetter haben und jetzt freue ich mich auf meine registrierte Privatrunde mit Axel Ritzau. Hi Axel. Hi, grüß dich. Servus. Wie geht's? Du, ganz gut. Vor allem wenn ich Golfen darf und nicht arbeiten muss, ist es immer schöner. Ich glaube wir haben heute mega Spaß. Der Platz ist relativ gut beieinander. Es hat zwar in den letzten Tagen viel geregnet, aber ich glaube wir haben gute Bedingungen. Und der Nebel zieht weg, ne? Ich hoffe mal. Also ich glaube schon doch. Wir kriegen gutes Wetter. So. So. Scorekarten hast du in der Hand? Habe ich in der Hand. Mit welcher Vorgabe gehen wir raus? Also du darfst mit 6,4 und du gehst mit 6 Striche. Also leider Gottes kein Vorteil. Und ich darf mit minus 2 spielen. Finde ich jetzt nicht ganz lustig, aber hilft nichts. Was ist dein eigentliches Handicap? Minus 1,1 momentan. Okay. Und du wirst uns leider auch noch so ein bisschen was erzählen und auch warum du dieses T-Shirt trägst. Weil man wird ja schon empfangen mit einem schönen Plakat. AK50, deutsche Nationalmannschaft. Das hat heuer sehr überraschend und eigentlich nicht geplant geklappt. Weil ich bei der Deutschen 12. war und in das Ranglistenturnier reingekommen bin. Und habe es dann tatsächlich bis zum Schluss geschafft und durfte für Deutschland bei der Team-Europameisterschaft abschlagen. Wir sind sehr gespannt, wie das ausgegangen ist. So, jetzt geht es hier los. Die 1 ist ein paar 4. Man muss da hinten in den Knick rein spielen. Du sagst immer so ein bisschen was für die Zuschauer und Zuschauerinnen, was du machst. Also wenn du einen hohen Drive schlägst, kannst du mit dem Drive abschlagen. Sonst würde ich einen kleineren Riss empfehlen. Ein Rescue oder so. Sicher auf die Bahn, weil es ist relativ kurz. Gut Golf. Und guten Score. Ja, danke. Und ich spiele einen Eisen 5. Da müssen wir sagen, was wir für einen Ball spielen. Was spielst du, Axel? Eine Titleist 1, AVX. Gut. Ich habe eine Titleist 9 pro V1. Jawoll. Optimal. Danke. Platzregel besser legen, Ball aufheben, putzen. Genau, weil in den letzten Tagen der Regen hat doch einen Platz ein bisschen mitgenommen. So, 133. Ich halte ein bisschen kürzer an wie ein Pitching Wedge. Sieht gut aus. Ja. Sehr schön auf der Linie. Aber zu kurz. Schade. Etwas zu kurz. Wahrscheinlich muss man bei dem Nebel echt noch einen mehr nehmen. Ja, ich glaube auch. Gutes Helferlein übrigens jetzt. Der New Cat Ghost in der Elektroversion. Weil jetzt kann ich die Kamera halten und mich ein bisschen besser aufs Film konzentrieren. Also allein dafür lohnt es sich schon. Bälle ein bisschen kürzer. Kältere Luftnebel. Genau. Du hebst auch auf, putzt ihn. Das war ein ordentlicher Drive. Was ist so deine Drive-Länge? Ich carry 230. Und jetzt, klar, nicht mehr viel Roll. Also von daher ist es eine Grundlänge, mit der ich gut zurechtkomme. So, ich habe noch 88 Meter zur Fahne. Ich werde jetzt einen 52 Grad Wedge schlagen, weil ich eben auch vermute, dass die Bälle einfach nicht so gut fliegen. Sebastian hat es mir ja gerade vorgemacht. So geht es, oder? Stark. Ach Gott. Der Klassiker. Schade. Ja, der erste war blöd. Ich hätte nicht mehr sparen können. Fahne immer raus, gell? Ich nehme sie gerne, unter drei, vier Meter nehme ich sie gerne raus. Weil ich finde einfach optisch ist das Loch größer, als wenn sie drin steckt. Und es ist einfach schöner. Auch wenn man das Loch dann trifft. Das auch. Zu wenig. Du darfst gerne fertig spielen, wie du magst. Jupp. Ich muss mir dann von dir was zum Markieren ausleihen. Oder habe ich was für dich, sehr gut. Das ist super, weil Stein ist jetzt nicht so sinnvoll. Schönes Paar. Schade. Jetzt starte ich gleich wieder mit dem Doppelboge. Aber du kriegst die Pärchenfaust, die gibt es bei GoodGolf. Okay, das ist gut. Axel, eigentlich hättest du es erst am Ende gekriegt. Schaut mal. Die GoodGolf-Bi-Marke. Das kriegst du aber jetzt, weil du brauchst es ja. Super. Das ist perfekt, weil ich habe meine natürlich mal wieder vergessen. Also da bin ich echt auf den Schüssel. Den nimmst du jetzt immer her. Genau. Der bringt ab jetzt Glück. Definitiv. Was gibt es Besseres als GoodGolf? So, wir gehen über die Rott, ne? Ja, die Rott begleitet uns ja relativ häufig. Also die Herren dürfen siebenmal über die Rott spielen. Wir haben auch noch zahlreiche Gräben. Also bei uns die Gäste kaufen viele Lakeballs, weil er hin und wieder doch relativ ballverschwenderisch ist. Du arbeitest hier auch im Golfclub, ne? Ja, seit zwei Jahren bin ich fest hier. Und ich habe vor vier Jahren auf Teilzeit schon angefangen. Und muss sagen, ich habe das riesengroße Glück, dass ich meine Leidenschaft mit meinem Job jetzt verbinden konnte. Ich bin hauptsächlich zuständig für Mitgliedergewinnung, mit den Sponsoren die ganzen Arbeiten, Turnierplanungen und Durchführungen. Ja, das ist das, was mir liegt und was ich total gerne mache. Also du bist jeden Tag hier. Wie oft kommst du dann auch zum Spielen noch? Ich habe das Glück, dass ich tatsächlich die Lust nicht daran verloren habe, wie viele Kollegen. Dass sie sagen, boah, wenn ich fertig bin mit der Arbeit, habe ich keine Lust mehr und will nach Hause. Sondern ich schaue, dass ich tatsächlich die Woche vier, fünf Mal nach der Arbeit noch rausgehe. Jetzt haben wir ein schönes Partrei vor uns. Ja, ich sehe es mit lauter Möwen. Ja, nicht so einfach, weil 176 Meter haben wir. Und wenn man es gut erkennen kann, wir haben auf der rechten Seite einen Bunker, rechts daneben Ausgrenze, links auch einen Bunker. Also unsere Partrei haben es in sich. Vor allem die Grünen sind ja vor allem auf den zweiten Neuen auch immer so leicht erhöht. Genau. Das ist die Besonderheit auf den zweiten Neuen, die die älteren sind. Also die zweiten Neuen sind heuer 50 Jahre alt geworden. Und durch das Überschwemmungsgebiet. Durch die Rott wiederum? Genau, durch die Rott ist es eben etwas erhöht gebaut worden, dass der Schlamm nicht drauf liegen bleibt. Macht es natürlich interessanter. Und wie gesagt, vor 50 Jahren hat man ja die Grünen noch relativ klein gebaut. Das werden wir nachher sehen. Macht es natürlich umso schwieriger zu treffen. Ja. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier schaffen. Da sagt Axel was, ja. Schwer zu treffen. Davon kann ich ein Lied singen. Also ich probiere es jetzt mit einem Fünfer Eisen. War etwas dünn getroffen. Ist der im Bunker gehoppelt? Leider Gottes, das was ich vermeiden wollte, habe ich jetzt trotzdem geschafft. Gut, ich habe das Sechser Eisen in der Hand. Ah ja. Ja, gut. 83. Jetzt muss ich es reparieren. Jupp. Jawoll. Sieht super aus. Schön weich. Ja. Der passt. Danke. Gut, mit dem kann ich definitiv leben. Absolut. Wollte es gerade sagen. Komm. Ah, schade. Aber ein sehr schöner Putt. Oh. Super. Mit Ehrenrunde. Mit Ehrenrunde. Mit Ehrenrunde, aber Sandy gerettet. Schönes Paar. Sandy Paar, ja. Sandy Paar. Jawoll. Immerhin das Bogey. So. Aber jetzt. Jetzt kommt das Paar. Wie gesagt, zwei Loch zum Einspielen und jetzt geht's auf. Jetzt geht's auf. Jetzt kommt zwar das schwerste Loch am Platz, aber… Ihr seht's. Handicap 1, das schwerste Loch. Bahn 3, Paar 4. Hier macht's einen Knick nach rechts. Hier ist alles aus. Und da vorne ist eben ein Rot-Wasser-Hindernis. Es hat mit rechts, Vorgabe 1, früher habe ich immer gesagt, nee, totaler Quatsch. Weil wir sehen dann auf den zweiten neuen die 14. Ist ein Paar 4 mit 416 Meter, also richtig heavy. Aber man hat gesehen, im Durchschnitt wird tatsächlich dieses Loch am schlechtesten gespielt. Weil ich brutal viele Möglichkeiten habe, Fehler zu machen. Also ich gehe her, spiele es eher defensiv, vorsichtig. Hau ein Eisen relativ gerade und schaue, dass ich dann in der zweiten Nähe grün bekomme. Okay, mit dem bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Ja, der ist doch super da. Ich probiere es wieder mit dem Sechser-Eisen. Jawoll. Na Gott sei Dank, da ist es. Axel hat gerade gesagt, so wie ich anfangs ist er ein kompletter Autodidakt. Das heißt, du hast dir alles selbst beigebracht? Wir hatten in meiner Jugend mal einen Trainer, mit dem ich sehr viel privat gespielt habe, auch privat Zeit verbracht habe, der mir viel beigebracht hat. Aber das ist 35 Jahre her. Und danach habe ich tatsächlich das meiste selbst über Fernsehen oder so, wo ich gesehen habe, oh, das könnte mir gefallen. Viel YouTube und gut Golf wahrscheinlich. Genau. Das natürlich auch. Aber auch vor 20 Jahren wusste ich ihn jetzt noch nicht in der Form gab, wo so die ersten Slow-Motion oder so rauskamen bei Tiger Woods. Wenn man gesehen hat, mit seinem gestreckten Arm oder so, was ich dann versucht habe zu übernehmen. Wir haben hier 190 Meter. Wie gesagt, das hat Vorgabe eins, also hast du auch einen Strich vor, wo du nutzen kannst. Also ich habe das Vierereisen in der Hand. Jawohl, super. Der schaut gut aus. Ich probiere es mit dem Rescue. Wenn man sieht, also von der Seite jetzt nicht, aber von hinten, wenn man schaut, ich habe noch ein bisschen, mein Abschlag war 10 Meter zu kurz. Also von hier ist es schwierig. Da versuche ich dann auch lieber die linke Seite, wenn es funktioniert, vielleicht mit einem leichten Fade. Wenn nicht, liege ich sicher auf der linken Seite. Gut. Ist auch so eine Sache, was wichtig ist, optische Sachen einfach entfernen. Weil viele, ach, stört mich nicht. Aber sobald ich den Gedanken habe, stört mich nicht, habe ich es im Kopf. Super. Oh ja. Bravo. Sehr schön. Super. Wow. Danke. Super. Schönes Paar. Am schwersten Loch zwei Paars. Ich glaube, da können wir sehr zufrieden sein. Also doppelt. So stimmt. Genau. Mittlerweile ist sie da, die Sonne. Juhu. Endlich. So, wir sind auf Loch vier. Hier ist der Damenabschlag. Da haben wir gerade gepaddelt. Hier ist der Damenabschlag. Und wir lassen jetzt das Bag hier stehen. Genau. Und gehen rüber. Man kann es sich gleich, glaube ich, ganz gut anschauen. Wenn man sieht, wir müssen den Abschlag eher ein bisschen links rüber schlagen. Genau. Weil die Bäume vorne stehen immer im Wege. Ja. Ja. Das macht schon was her übrigens, deine Jacke. Oder? Wenn ich jetzt ehrlich bin, habe ich vor allem erstens mal, ich fühle mich sehr wohl drin. Aber die ist fantastisch, ist total leicht und wärmt aber irrsinnig. Normalerweise laufe ich nicht so rum, muss ich auch ehrlich gestehen. Bei der Europameisterschaft, es war schon eine Ehre, den Adler zu tragen. Was habt ihr denn geschafft jetzt? Bei uns war leider Martin Birkholz unsere absolute Nummer eins im Seniorenbereich. Er gehört, glaube ich, definitiv zu den sechs besten Europas. Hatte leider krankheitsbedingt absagen müssen. Der hat natürlich sehr weh getan, aber wir sind von 23 Nationen immer siebter geworden. Okay, super. Haben uns also noch wacker geschlagen. Ja. Wir waren auch im Zählspiel, die ersten zwei Tage, haben wir immerhin Platz sechs erreicht gehabt. Also das schlechteste Ergebnis, was wir jeweils pro Tag drin hatten, war vier über. Das heißt, der Streicher war immer fünf. Und ich muss sagen, das ist auf einem fremden Platz, der auch sehr schwer geratet war. In Tallinn war das, oder? In Tallinn, ja. Also im Großen und Ganzen war man dann sehr zufrieden. Tallinn, nochmal für die, die im Erdkundeunterricht nicht aufgepasst haben, ist in? Estland. Estland. Axel München war Eisen. Jawoll. Den nehme ich gerne. Leicht nach links gedreht. Sicher auf der linken Seite. Sag mal, sieh wie bitte. Der ist rein, gell? Ja, ja, ja. Drop it like it's hot. Also in Titleist 4. Auch wieder pro V1. Deiner war super. Super. So wie man den Platz hier spielen sollte. Genau. Liegt auf 120 Meter. Gott. Ja, also wäre ich ein Elfer Eisen. Elfer Eisen. Also so, ja. Ein bisschen weniger als der Pitcher. Ja. Oh. Schön getroffen, aber leider ein bisschen rechts weggedrückt. Ja, der ist aber wieder viel zu viel im Grunde. Der war. Ach, schade. Aber ein traumhafter Schlag. Danke. Ja, die Länge wäre super gewesen bei dir. Die Länge wäre gut gewesen, aber leider ein bisschen rausgedrückt. Stört dich meinen Ball? Überhaupt nicht. Ja. 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 Ist näher dran als meiner. Sehr schön. Sechs. Oh, der ist mir vom Patte weg. Der war nicht schön durchgegangen. Na ja. Ich war schon, die Pärchenfaust war schon bereit eigentlich. Ja, die haben wir uns. Leider Gottes müssen wir sonst sparen. Nächstes Part 3. Die Bahn 5. 171 Meter. 171 Meter. Ich probiere es mit dem Sechser Eisen. Jawoll. Und man sieht es ja auch, links ist die gefährliche Seite, rechts ist die offene Seite. Es sieht leider Gottes wieder nach Chip und Putt aus. Ja, das habe ich auch in der Hand, das Sechser Eisen. Sieht sehr gut aus. Kommen ein bisschen rüber. Jetzt sind wir leider da wieder, wo ich nicht hin wollte. Ich muss wieder versuchen, Chip Putt. Ab dem nächsten Loch werden wir versuchen, mal wieder mehr Grüns zu treffen, dass es etwas leichter wird. Oh, der hat zwar gebissen, aber ist trotzdem noch ganz schön gehalten. Das ist komisch nach vorne weggesprungen, also puh, hat wohl eine sehr harte Stelle erwischt. Ziehen ein bisschen. Jawoll. Ein bisschen mehr. Er hat ihn weggebrochen. Leider. Schade. Oh, zwei Bugis in Folge. Jetzt müssen wir ein bisschen was tun. Jawoll, schönes Paar. Danke. Jetzt kriegst du sie. Definitiv. Pärchen fast. Pärchen. Wir kommen zum ersten Paar 5, ne? Ja. Sehr interessant das. Taktisch zu spielen das. Ja. Also tatsächlich jetzt um die Jahreszeit Eisen 5, Eisen 6 und dann liegt man auf dem Wedge. Jawoll. Perfekt. Super. Das 6er Eisen. Ich weiß noch nicht, ob ich mit dem auf Kriegsfuß stehe. Jawoll. Ja, der ist zwar ein bisschen links, aber... Macht gar nichts. Axel hat gerade was extrem Wichtiges gesagt. Mit Kopf spielen. Das aller, aller Wichtigste eigentlich im Golf, was die Leute viel zu wenig machen, ne? Ja, definitiv. Weil wenn ich meinen Ball im Spiel halte, ich habe zum Beispiel bei der Europameisterschaft einen einzigen Ball auf 5 Tage verschossen. So, dann kann ich einigermaßen Scores reinbringen. Und ich muss sagen, wir haben viele talentierte junge Spieler bei uns, die leider Gottes zwar irrsinnig Längen haben, aber auch die Streuung. Wenn ich auf der Runde drei Bälle verliere, sind einfach mal sechs Schläge. Und die wieder aufzuholen, macht es schwierig. Ja, absolut. Lieber mache ich es so wie jetzt, wo ich zweimal Chip-Putt, Doppel-Putt, okay, aber drei Birdies und schon bin ich wieder im Spiel. Ich werde jetzt mit Kopf ein 6er Eisen sicher auf die rechte Seite, weil dann öffnet sich das Grün. Zu weit links ist wieder ein Baum im Weg. Also schauen wir mal, dass wir einen schönen Grad nach vorne schlagen. Jawoll. Optimal. Perfekt. Freunde, die Sonne ist jetzt da. Jetzt wird es auch langsam warm. Bald muss ich die Weste ausziehen, vor allem wenn ich immer meinem Trolli hinterherlaufen muss. Also es gibt hier die Möglichkeit lange drauf zu drücken, dann fährt er 10 Meter. Noch länger drauf sind 20 Meter und jetzt habe ich ihn gerade 20 Meter. also man muss das auch üben. Also ich mache das wie Axel und lege den davor, auch mit dem 6er Eisen und habe dann einen schönen dritten Schlag ins Grün, sprich wir spielen heute mit Kopf. Jawoll, optimal. Ja. Sei lang, lang. Ein bisschen fett. Lang genug, sei lang. Ich habe noch 97 Meter. Ich habe noch 97 Meter. Jawoll. Schade. 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 Jetzt brauche ich da drei Patz. Und spiele eine 6. Oh nee, Axel. Jetzt muss ich dich ja schimpfen. Ja. Irgendwie ziehe ich sie heute links rein. Aber ein paar. Die 7 schaut so aus, blende ich euch natürlich auch gleich noch ein. Mit einer Hütte davor. Oh ja. Da möchte man nicht wohnen. Und da schlägt man jetzt drüber. Es gibt aber auch die, die angreifen. Ist das möglich? Es ist möglich. Also unsere jungen, wilden greifen definitiv an. Du musst ungefähr 2, 30 Carry hauen. Nur man sieht es glaube ich, wenn man vorne die Bäume sieht, man muss über die Bäume drüber. Und das nächste Problem, die rechte Seite ist aus. Ah, der droht rein. Jupp. Genau so nicht. Aber der liegt. Okay, er liegt. Oh Mann. Von 187. Das nächste ist schon war Eisen. Okay. Sehr schön. Super Schlag. Danke. Ein bisschen rechts vom Grün. Ja, aber der ist gut. Ich glaube, dass er noch drauf ist. Da haben wir noch 104 Meter haben wir noch. Das heißt, da werde ich ein 48 Grad wetsch. Was hast du im Bag? Das interessiert immer die Good Golf Fans. Also ich habe relativ wenig Hölzer, wie man sieht. Ich habe nur meinen Treiber. Ja. Ein uralt Gerät. Ich glaube, den habe ich schon seit zwölf Jahren. Tell him jetzt leider. Aha. Ich nehme mal kurz die Anno dazu mal. Aber ich muss gestehen, ich habe total viel ausprobiert. Kein Treiber hatte eine Chance gegen ihn. Aha. Und das gleiche ist Fünferholz. Ist auch ein uralt Gerät. Aber ich treffe es besser als alles andere. Gefittet? Nein. Ich muss gestehen, ich hatte mein erstes Fitting vor einem halben Jahr. Bis dahin, ich darf es jetzt nicht laut sagen, da ich am Club arbeite, aber wir verkaufen ja keine Schläger. Ich habe tatsächlich immer so Auslaufmodelle über Ebay oft gekauft. Aha. Und mit dem Satz, wo ich noch in Tallinn war, der war fünf Jahre alt, dann habe ich das Auslaufmodell, damals den M6. Hat funktioniert. Also von daher, aber Fitten habe ich dann gelernt, macht tatsächlich Sinn. Ich hatte Glück, dass der Schläger einfach zu mir gepasst hat. Die ich jetzt hier habe, das sind jetzt Hornbausschläger. Aha. War ein tolles Angebot über einen Freund von mir, wo ich nicht Nein sagen konnte. Wo er einfach gesagt hat, du Axel, dein Kreuz, du wirst nicht jünger, du wirst es mir in ein paar Jahren danken. Und es ist tatsächlich so, ich merke, dass der Schaft einfach so dermaßen weich ist, dass keinerlei Kreuzschmerzen mehr da sind vom Spielen her. Früher Stahlschäfte oder so, habe ich schon gemerkt. Und jetzt so mit den weichen Dings. Und was hast du da für Eisen, also dann von drei, vier? Genau, das geht los. Ja, ja, die sind. Ich habe jetzt von Eisen 5, Eisen 4 gab es leider nicht, dafür habe ich ein Rescue drin, bis Eisen 11. Und dann habe ich noch 56, 52 und 48. Wie oft wechselst du deine Wedges? Alle zwei Jahre. Zieh, zieh. Schade. Jetzt lasse ich ihn so zu kurz. Vorhin war ich viel zu lang, deswegen habe ich mir gedacht, jetzt machst du ein bisschen weniger. Ja. Also mein Viererpartner kann Gott sei Dank das Video vorher nicht sehen, weil sonst würde er uns wieder abmelden, glaube ich, wenn er meine Paddleistung hier sieht. Ei, 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 ei. Jawohl, Paar gerettet. Ein Doppelpaar. Doppelpaar, da gibt es zweimal die Paar. Jawohl. Jetzt haben wir ein schönes Paar 5, hat über 500 Meter. Man sieht, es ist zweigeteilt. Für die höheren Handicaps ist die linke Seite zu empfehlen, weil da muss man nur einmal über den Graben. Für die besseren Spieler die rechte Seite, weil die einfach offener ist vom Drive her. Aber dafür muss ich zweimal über den Graben und zweimal durch eine Schneise. Jawohl, optimal. Jawohl, ein Ticken zu weit links, aber sehr gut trotzdem. Vielleicht musst du mit dem Eisenland spielen, aber ich glaube, hier sind wir jetzt sehr gut, worum wir tatsächlich mit Besserlegen spielen. Weil wenn man einen schönen Abschlag hat und dann hier so drin liegt, ist es einfach unfair. Und deswegen ist es momentan angebracht, mit Besserlegen zu spielen. Ihr habt es gerade gesehen, die Schneise. Das heißt, wir sind noch weit weg. Von daher brauche ich gar nicht so viel, sondern nehme Rescue und versuche das irgendwie so auf 70, 80 Meter vor die Fahne zu legen und schön durch die Schneise durch. Jawohl, gut. Also ich muss jetzt über die Bäume drüber, habe das 9er Eisen in der Hand, versuche den schön hoch zu spielen und im Idealfall dem Ganzen noch ein bisschen Länge mitzugeben. Jawohl, perfekt. Der dürfte jetzt auf ca. 110, 120 Meter liegen. Das ist optimal. Ja. 120 ins Grün. Jawohl, zur Fahne. Da spiele ich jetzt ein Pitching Ratchet lockeres. Sieht gut aus. Bisschen links, aber kurz wieder. Sogar etwas kurz. Und ich habe es gerade gesagt, mit dem Trolley, mit dem Elektro Trolley, das muss man wirklich üben. Ich bin schon ein paar Mal mit dem alleine natürlich am Platz gegangen. Aber die erste Runde, die ich heute mit Kamera dann auch gehe. Aber es funktioniert gut. Er fährt so vor sich hin. Das erleichtert die Arbeit gerade ungemein. Früher habe ich immer gesagt, Elektro Trolley, erst wenn ich 55 plus bin. Aber wenn man mit der Kamera unterwegs ist, ist es hilfreich. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was habt ihr für ein Trolley? Elektrisch oder nicht elektrisch? Ich liege auf dem Vorgrün und ich werde gleich mit dem Pitching Wedger arbeiten. Aber ich habe es grün getroffen. Sit. Sit. Schade. Schade. Zu viel. Muss noch kürzer sein. Hopp, hopp, komm, komm. Schade. Sehr, sehr knapp. Na gut dosiert, aber nächstes Bogey. So, bei mir der nächste Birdie Versuch. Ja. So, jetzt haben wir nicht links vorbei geschoben, sondern wir haben es geschafft, mal rechts vorbei zu schieben. Ja, weil man sieht, du arbeitest. Ja, richtig. Gut. Aber es ist ein schönes Paar. Ein Paar haben wir gerettet. Ja. Jetzt die neun. Ein leichtes Dog Leg nach links. Also bei mir ist es so, ich gehe wieder auf Nummer sicher und nehme 5er Holz und versuche auf den hohen Baum hinten auf der rechten Seite zu stehen. Jawohl. Schauen wir mal. Das ist doch ein guter Plan. Oh, gefällt mir nicht. Ein bisschen weiter links muss er, gell? Viel zu weit rechts rausgedrückt. Optimal. Der ist gut. Da gehört er hin. Ja, da habe ich hingezielt. Jawohl. Wir sind schon auf der neun. Ich track hier immer so ein bisschen mit. Eine Stunde 54 gehen wir. Was kostet Greenfee hier, wenn man spielen möchte? 18 Loch jetzt momentan. Ist sehr unterschiedlich. Das normale Greenfee ist tatsächlich bei 70 Euro. Wir haben aber sehr viele Abkommen. Zum Beispiel mit der Kurkarte Bad Birnbach gibt es 25 Prozent. Dann haben wir Partnerhotels. Ja, aber selbst die 70 Euro, glaube ich, ist der Platz auf jeden Fall wert. Absolut. Und ihr seid der älteste Platz in Niederbayern? Wir sind mittlerweile der älteste Platz. Der älteste Golfclub ist aber Wallkirchen. Die sind ein oder zwei Jahre vor uns gegründet worden. Oh, ich sehe eine katastrophale Lage. Oh ja. Oh ja. Beschäftige dich erst mit deinem Ball. Ja. Und ich muss wirklich sagen, also ich weiß nicht, die, die vielleicht jetzt nicht aus Bayern kommen und es noch nicht so kennen. Es ist wunderschön. Wenn man von München fährt, fährt man so eine Stunde, 15 Minuten habe ich gebraucht. Kein Verkehr. Aber ein bisschen antizyklisch gefahren. Die standen auf der Gegenfahrbahn. Und man sagt ja nicht umsonst. Niederbayern ist so ein bisschen die Toskana Bayerns. Es ist schon wunderschön, wenn man dann auf der Autobahn über diesen Hügel drüber fährt und diese Landschaft sieht. Toll. Aber jetzt will ich Axel nicht rausbringen, weil die Landschaft nervt ihn gerade. Genau. Zumindest die Bäume, die in der Landschaft rumstehen. Die ältesten Bäume, die da Bayerns auf dem ältesten Golfplatz. Genau. Versuchen wir mal, dass wir wenigstens einen Ball einigermaßen nach vorne bringen. Das hast du hinbekommen und ohne den Schläger kaputt zu machen. Das war mir jetzt ehrlich gesagt wichtiger, dass der Schläger nicht darunter leidet. Aber ich nehme jetzt trotzdem mal einen länger. Ich habe jetzt das 9er-Eisen in der Hand und spiele das lieber ein bisschen lockerer. Weil ich jetzt immer zu kurz war mit dem Pitching-Wedge. Dreh. Zieh. Nicht gescheit drunter gekommen. Ups. Ja. Und rein in den Sand. Richtung. Länge gut. Länge gut. Länge gut. Richtung leider nicht. Richtung 2-. Ah, der ist geil. Der ist fast im Loch. Dann nehmen wir das. Zieh. Ah. Schade. Der war auch super. Aber? Aber leider nur fürs Boogie. Kann sein. Aber bei dir gibt es die Parfast. Jawoll. Das waren schon wieder die ersten 9 Loche. Aber wir machen heute weiter. Es gibt keine 2 Teile. Es gibt nur einen Teil. Und wir spielen die 10. Und es ist einer der schönsten Abschläge, sagt Axel auch. Ja. Und das stimmt natürlich. Die Bags haben wir stehen lassen. Richtig. Aber es ist natürlich auch ein relativ schwieriger Abschlag. Ja. Weil man sich da wieder... Man sieht, wir sind von Wasser umgeben. Links Wasser, Rechts Wasser, Bunker. Ja. Und ein Loch mit über 500 Metern. Also auch nicht vorsichtig, sondern voll drauf. Den nehme ich. Ja, der ist gut. Nein. Uiuiui. Was tue ich denn? Das ist auch im Wasser, gell? Ja. Muss ich hier gleich hinterher spielen? Im Grunde genommen ja. Weil ich würde von hier... Weil wenn du vorne hingehst... Habe ich ja einen Vor? Wahrscheinlich nicht, gell? Da müsstest du einen Vor haben. Ich schau mal schnell auf deine Karte. Das gibt es ja nicht. Jetzt haue ich hier zwei Bälle weg. Oh ja. Auf der 10 hast du einen vor. Jawoll. Also ich kann es doch. Hier haben wir es jetzt sehr offen. Leichten Gegenwind. Also kann ich meinen 5-Holz auspacken. Ja. Gut. Der passt. Der passt. Gut. Also sechster Schlag. 248 jetzt grün. Ich kann jetzt einfach mal drauf hauen. Genau. Zwei Schläge hast du noch. Also von daher hast du einen vor. Zack. Auf Wiedersehen. Ich bemal mal meinen nächsten Ball. Wer Axel sagt, was er da macht. Wir haben noch 107 Meter. Leichter Gegenwind. Gefällt mir jetzt weniger. Aber ich nehme trotzdem lieber den 48-Grad-Vetsch. Flieg. Gar keine Birdies haben wir heute hier in dem Flight. Ja irgendwie. Da spielst du mal mit so einem AK-50-Nationalspieler. Ja. Da gibt es keine Birdies zu sehen. Ja. Wie gesagt, der Putter läuft heute nicht heiß. Aber vielleicht können wir es ja auf die zweiten Neuen noch ändern. Da kriegen wir es dann hin. Wie viele Turniere spielst du im Jahr? Was würdest du schätzen? Heuer, klar, durch die ganzen Qualifikationsrunden und alles, bin ich relativ, vermute mal, auf 25 bis 30 Turnierrunden gekommen. Wie machst du das dann zeitlich? Das ist ja schon ein Fulltime-Job. Family. Gut. Family. Kids sind aus dem Gröbsten raus. Die sind aus dem Gröbsten raus. Meine Ex-Frau kann sich nicht mehr beschweren. Meine Partnerin ist definitiv so, dass die auch hinterm Golfen steht. Spielt auch selber? Die spielt selber. Na klar. Handicap 15. Praktisch. Rechts vorbei. Leider wieder rechts. Da kriegst du die Paar fast. Als nächstes kommt wieder ein Paar Drei. Auch eins, das wirklich nicht leicht ist. Sie sind nicht so ohne die Paar Drei. Obwohl es relativ kurz ist. Hat nur knapp 150 Meter. Wir haben jetzt das Plateau. Richtig. Das Plateau, Bunker im Vordergrund. Und die Grüns sind auf den zweiten Neun um einiges kleiner als auf den ersten Neun. Von daher ist es wichtig, die Grüns zu treffen. Weil die Chips auf die erhöhten Grüns macht es nicht einfacher. Ja. Jetzt Title ist 20. Der Title ist 20 und der wird hoffentlich jetzt auch bei mir bleiben. Bis zum Schluss. Der bleibt bis zum Schluss. Ich spiele auch das Eis Nacht. Und ziele zwischen Baum und Fahne. Und packe jetzt auf den letzten Löchern hier ein gutes Golf aus. Na, der ist auch wieder nicht schön. Weil ich da zu offen an den Ball komme. Ach, Seeweh. Jetzt beiß. Jawoll, super. Hopp. Schade. Also die Annäherung bisher, da bin ich ganz zufrieden mit. Ja, den kannst du gleich fertig machen. Mitte locht perfekt. Ah. Das war der beste Versuch bisher. Jetzt haben wir ein schönes Paar vier. Da haben wir mal tatsächlich ein bisschen Platz. Auch gut für dich, Sebastian. Jetzt geht's los mit den Sprüchen. Nein. Aber relativ wenig Gefahrenzonen. Jetzt kann ich mir mal wieder ein bisschen Selbstbewusstsein holen mit dem Driving. Ja, ein bisschen wieder nach links, aber... Klein wenig reingezogen, aber... Ich habe den Members Bounce gekriegt. Den Ex-Members Bounce. Genau. Wir haben noch 114 Meter. Du hast es fair wie getroffen, ich nicht. Ich habe es fair wie getroffen. Und versuche jetzt mit einem weichen Sandwetsch ins Grün. Jawoll. Ja, der schaut schön gut aus. 91 Meter. Von daher hast du Glück gehabt mit der Lage. Ja, absolut. Weil die ist echt nicht schlecht. Ja. Flieg, 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 flieg. Komm. Ja, schöner Schlag. Wir haben zwar beide noch einen relativ langen Birdie-Putt, aber die Fahne... Aber wir haben ihn in den Birdie-Putt. Genau. Gibt's ja nicht. Aber kein schlechter Versuch. Nee. Das stimmt. Pin high. Ein schönes Paar. Danke. Jetzt hoppelt der da kurz vom Grün nochmal, oder? Der war voll auf der Linie. War's das, oder? Schau hier. Das ist ja wohl nicht der Wahre. Katsache. Hier ist eine Pitching-Marke. Ja. Oh nein. Normalerweise, das hast du jetzt bei allen Löchern gemacht, bist du immer hier noch rum und hast es glatt gemacht. Das stimmt. Und jetzt hier nicht, ne? Richtig. Habe ich ehrlich gesagt auch nicht so aufgepasst, weil man es schlecht sieht. Das sieht man ja echt nicht. Auch wenn man merkt so viel, wenn man hier drüber fährt. Ah, Mist. Aber irgendwie. Aber immerhin die Paar. Doppel. Doppel Paar fast. Was ich immer sehr witzig fand hier im Rotada Golf Club, sind diese Toilettenhäuschen. Schaut mal. Das sind überdimensionale Golfbälle, wo man auf die Toilette gehen kann. Aber man braucht da einen Pin. Genau. Richtig, Axel? Ja. Den verraten wir jetzt nicht, oder? Ne, verraten wir jetzt nicht. Das sind so richtig geiles. Richtig so kleine Raumschiffe. Was steht da drauf? Hinsetzen. Also nicht im Stehenpinkeln. Weil es gibt auch noch. Pimpisor hier. Richtig. Für die Herren der Schöpfung. Aber ihr seht auch unten der Boden. Stimmt. Das ist ja. Golf-like. Da kannst du ja Patten üben, wenn du am Klo sitzt. Das ist ja wirklich auch super gepflegt. Kann man da auch, wenn ein Gewitter kommt, sich reinsetzen? Ja. Mit Sicherheit. Aber wir haben ja hier hinter uns direkt die Blitzschutzhütte. Das stimmt. Ich glaube, die macht mehr Sinn, weil da ist ja auch der Blitzverbleiter drauf. Ja. Wäre aber eine Idee, dass man hier noch einen draufbaust. Total, weil dann kann man ja das sinnvoll verbinden. Genau. So, jetzt kommt ein sehr, sehr schönes Papier. Papier, ja. Aber eher etwas kürzer. 153 Meter haben wir insgesamt. Genau. Das könnte man ja fast drive, ne? Richtig. Aber wie gesagt, da ist ein Graben, der ungefähr auf 210, 220 liegt. Ja. Jawohl. Passt. Und ich spiele hier einen Eisen. Jawohl. Optimal. Ja, der ist super. So, haben wir noch 105 Meter. 48 Grad Wett. Gut. 85 Grad, äh 85 Grad, 85 Meter. Und diesmal hört man den Wind gut. Leichten Seitenwind. Leicht Seite und vorne, ne? Ja. Da spiele ich jetzt nochmal das 50 Grad. Komm rüber. Dreh. Komm besser rüber. Okay. Schöner Schlag. Achte, dass der Wind den vielleicht ein bisschen trägt. Ja. Nee. Das war nicht nur ein leichter Break. Der ist sogar sehr stark gebrochen. Naja. Skippt es nicht. Gerade. Gut. Nein. Das ist wieder die Doppel-Pärchen-Faust. Ja. Aber irgendwann sollten wir die Birdie-Faust irgendwann mal schaffen. Ja, das sagen wir jetzt gerade irgendwann irgendwie seit jedem Loch. Ja. Und jetzt kommt die 14, wo ich vorher schon erwähnt habe, was für mich eigentlich das schwerste Loch ist. Ihr seht es, es ist 416 oder irgendwas lang. 18 sogar. 418. Du hast einen Bunker, du hast einen Längsgraben. 40 Meter vor dem Grünen nochmal einen Quergraben. Bunker, frontal. Also das Loch mit dem zweiten zu treffen, ist es sehr schwierig. Aber er ist gut. Jawohl. Optimal. Mit der Bahn. Ja. Und Axel hat es glaube ich gerade vorher gesagt, es sind noch... 198 Meter. 98 sind es. Ja. Also wir sind immer noch eigentlich bei knapp 200 Meter. Meiner liegt hier. Dann habe ich wahrscheinlich so 190. Super Kontakt. War ein guter Schlag. Ja. Auf die sichere linke Seite. Passt. 186. Zu lang darf er nicht werden, haben wir gesagt. Nein. Lieber ein bisschen kürzer. Dann nehme ich jetzt das Fünfe Eisen. Das ist ein bisschen rechts. Schade. Ein bisschen nach hinten gefallen. Okay. Am Baum da, gell? Genau. Sieht gut aus. Zip. Passt. Super. Jetzt werde ich noch ein bisschen nach links gebounced. Oh, das wird nicht zu einem vorher patten. Ja. Da muss ich dich enttäuschen. Jawohl. Super. Geht doch. Zumindest zum Paar funktioniert er. Ja. 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 Das ist so blöd. Das ist halt dann der Unterschied zwischen einem sehr guten Golfspieler. Sehr schade. Und mir. Dass ich solche patts liegen lasse. Ja. Jetzt haben wir ein relativ leichtes Paar Fünf. Und dann versucht man nochmal eine Birdie Shows. Dann kannst du jetzt mit zwei Angaben erarbeiten. Und ein Abschlag ist gut, wenn man es ein bisschen rechtslastig macht. Ja. Weil dann haben wir einen zweiten offenen Schlag. Rechts ist er. Rechts ist er. Jawohl. Sehr schön. Danke. Da kannst du definitiv mit dem zweiten angreifen. Jetzt sind wir dann fast wieder am Ende unserer kleinen 18 Loch registrierten Privatrunde. Also verbessern tue ich mich nicht. Axel glaube ich auch nicht. Nein. Gehe ja nicht. Aber dieser Platz ist wirklich wunderschön. Ich kann ihn sehr empfehlen. Nach wie vor. Er hat seine Tücken und ist wirklich, wirklich auch nicht ohne. Und deswegen interessiert mich, ob ihr ihn schon mal gespielt habt. Ihr könnt ja mal eure Scores unten reinpausten. 197 Meter. So, dann probieren wir es mal mit dem lockeren Fünfholz. Was ziemlich Gutes. Boah. Ich glaube, dass er oben am Vorgrund liegt. Naja. Der ist über... Ich glaube, dass da in der Fahne vorbeigerollt ist. Okay. Bei dir sind es nur noch 171 Meter. 171. Das ist geil. Aber da spiele ich jetzt ein entspanntes Sechser Eisen. Ja. Ich glaube, wir haben Glück gehabt. Sieht gut aus. Sitzt. Sitzt. Schade, aber immer noch eine sehr gute Birdie Chance. Ja, der war nicht leicht. Und Axel hat wirklich vor dem Grün ist er aufgekommen und einmal hier drüber gerollt. Stört dich mein Ball? Nein, überhaupt nicht. Dann bleibe ich an der Kamera. Genau. Und zeig dein Igel-Chip. Ja. 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 Jawoll. Endlich. Gibt es zuerst mal die Birdie-Faust. Birdie-Faust. Die nehme ich gern. Gibt es ja nicht. Es ist heute. Es. Ja. Ja. Es ist der Wahnsinn heute. Ich glaube, ich hätte einschippen müssen, um irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Also Patten. Aber Paar. Die gibt es. Da sieht man wieder einmal, wie wichtig Patten ist. Und wie wenig man irgendwie dem Patten widmet auch auf der Range. Oder wenn man halt übt. Oder pattest du viel, Axel? Wie machst du das? Eigentlich, früher habe ich es sehr wenig gemacht. Durch das, wo ich mich dann für Talien für die letzte Qualifikation qualifiziert hatte, habe ich tatsächlich sehr viel Patten geübt. Und eigentlich patte ich in letzter Zeit relativ gut. Was heute ist, ich fühle mich einfach, ja, ich merke es. Es passt nicht. Und man sieht es, ich liege drei über. Wenn ich gut gepattet hätte, würde ich jetzt zwei unterliegen ohne Probleme. Jetzt waren ja vor kurzem die Clubmeisterschaften. Mhm. Was hast du geschafft? Ich habe es tatsächlich zum 28. Mal gewonnen. Also gewonnen. Zwar nicht in Folge, aber immer wieder. 28 Mal. Ja. So oft hängt der Name da im Club an. Der hängt so oft drin. Es gibt einen High Five. Ich danke dir. Ich glaube, einige im Club haben schon überlegt, ob sie mich nicht verbannen. Ob sie mich irgendwie mal verletzen, heimlich nachts. Ja, mein Sohn hat letztes Jahr gesagt nach der Clubmeisterschaft, das Jahr drauf werde ich dir die Kniescheibe vorher brechen, dass du nicht mitspielen kannst. Jetzt haben wir nochmal ein schönes Papier. Man sieht rechts relativ viele Bäume, die böse im Weg stehen. Also linke Seite ist die offene Seite und ist auch für den zweiten Schlag die sinnvollere, weil direkt vor dem Grün ist wieder ein Bunker. Ja. Ja. So wie erklärt. Passt er. Ja, wieder nach hinten gefallen. Ja. Der liegt an den Bäumen, ne? Also schaut mal, also am ersten Baum komme ich vorbei, aber nicht an dem zweiten da. Der macht hier so einen Knick hier so rüber und deswegen kann ich ihn nicht hoch anspielen. Ich habe den Bunker vor der Rübe, also wie Axel gesagt hat, links wird es unbequem. Das heißt, ich chipp ihn jetzt hier hin. Idealfall. Er hätte noch ein bisschen weitergekommen. Ein bisschen kurz. Aber ich da wieder am Boden hängen bleibe vorher. So. Du hast es cleverer gemacht. Ja, wie gesagt, die linke Seite ist natürlich die offene. Da wo jetzt mein zweiter liegt, da müsste der Abschlag liegen. Das ist richtig. Aber, wenn jetzt, es ist vernünftiger von hier zu spielen, weil von da vorne, naja, ist es nicht einfach dann auf den erhöhten Grüns kurzzustellte Fahne. Ich finde es auch von hier hinten nicht einfach. 84 Meter. Das ist ein 56 Grad Wedge. Zu weit links. Und kurz. Und kurz. Sieht gut aus. Jawohl. Ja. Definitiv. Die Pauschance ist vorhanden. Die ist da, ja. 60 Grad mag ich heute echt gern. Sagst du, jetzt belohne dich. Ja, irgendwie. Also aber die Länge. Sehr zufrieden. War ein sehr schöner Putt. Ja total, die Länge ist immer super bei dir. Aber leider Gottes. Die Richtung. Jawohl. Paar gerettet. Doppelfaust. Doppelfaust. Sehr gut. Hier ist es lieber so, dass man zu kurz als zu lang. Weil hinter dem Grün geht es relativ runter und dahinter ist dann höheres Raff. Und von vorn tut man sich doch leichter mit einem Hochchippen. Aber wie ich am Anfang schon gesagt habe, unsere paar 3s haben es echt faustig in sich. Also das ist zwar jetzt 170 Meter, aber ein langgezogenes und nicht allzu tiefes Grün. Jetzt machen wir ein kleines Gewinnspiel, Axel. Wir haben ja vorhin, ich glaube auf Bahn 4 oder 5, hat Axel verraten, welcher Platz er bei den Europameisterschaften wurde. Genau mit seiner Mannschaft. Und wenn ihr jetzt diesen Platz hier spielen wollt, den Rottaler Golf Club, dann müsst ihr nur die richtige Lösung sagen. Also sprich, welcher Platz die Mannschaft wurde. Und dann gibt es wieviel Prozent aufs Greenvieh? Du, dann dürft ihr statt 70 Euro für 52,50 spielen. Das ist doch eine super Sache. Genau. Also nutzt es aus, weil es lohnt sich, diesen schönen Platz für dieses Geld zu spielen. Ist mit Sicherheit eine Reise wert. Jawohl. Nein. Der war richtig schlecht. Der war auch nicht nah dran. Boah. Oh. 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 Da haben wir sicher drin. Sicher drin. Sicheres Paar. Wir gehen schon zur 18. Hier nochmal über die Rott. Ist es die Rott? Ja. Das ist der Seitenkanal. Der sogenannte Mühlbach. Der Mühlbach. Von der Rott. So, entschuldige. Kleiner Seitenkanal. Ach nix, aber es ist auch Wasser. Und der Ball ist weg. Da müssen wir auch drüber. Ja. Da habe ich nämlich auch schon reingelegt heute. Die 18. Zweimal sogar. Zweimal. Ja, danke. Danke, dass mich da nochmal dran erinnert hast, Axel. Dann haben wir noch, glaube ich, einen wunderschönen 18. Abschlag. Man sieht, er ist nicht einfach. Heute steht die Fahne relativ weit rechts. Also kann man sich tendenziell eher ein bisschen links halten. Wenn die Fahne ganz links steht, ist es rechts drüben nicht so schön, weil dann die Bäume ins Spiel kommen. Ja. Da passt er. Mitte Bahn. Ui. Was ist das denn? Ist der auf der Range? Der ist auf der Range. Der könnte sogar im Aus sein. Glück gehabt, am Rand der Range. Beigefunden. So kurz, aber wieder Mitte Bahn. Axel, kann ich hier das ganze Jahr überspielen? Wir haben schon im Winter, wenn der Frost kommt, werden bei uns auf Wintergrüns umgesteckt, weil wir einfach das Risiko nicht eingehen wollen, dass im Frühjahr dann die Grüns schlecht sind. Es sind immer noch 150 Meter. Leicht bergauf, man sieht es, das ist der höchste Hügel. Aber ich probiere es mit dem 8er Eisen, weil ich auch lieber zu kurz bleibe, als einen ewig langen Bergabpack. Und als ihn auf die Terrasse zu hauen. Genau. Weil das Grün ist eins der schwierigsten. Das sehen wir nachher gleich. Von daher lieber unterhalb der Fahne bleiben. Ja. Ah, ist auch kurz, oder? Ja. Und kommt runter. Oh, oh, oh. Oh doch. Er ist drauf. Und bleibt drauf. Oder zu kurz, ne? Gut. Schade. Ich spinn's denn, oder? Ja. Du kannst dich ruhig reinstellen, weil... Ein Bogie aufgehört. Bei meiner Parterei kann es heute nur hilfreich sein. Ach komm. Es passt zu meiner Parterei heute. Schade. Gibt's ja nicht. Danke dir. Schön war's. Wir haben Top-Golf. Definitiv. Gut Golf. Von dir mehr als von mir. Ja. Wir haben beide ein bisschen unser Herz. Aber es war eine herrliche Runde bei tollem Wetter. Das stimmt. Also das waren schon wieder 18 Loch hier im Rottthaler Golfklub. Schau mal, du kriegst noch einen Good-Golf-Ball. Ein Tightlist ProV1 und Good-Golf. Super. Perfekt. Gut drauf aufpassen. Aber du spielst ja gerne mit einem Ball zu Ende. Von dem her glaube ich, dass dir der lange erhalten bleibt. Ich glaube, für mich solltest du neue drücken lassen. Good-Putt. Das würde mir nicht schaden. Du könntest ja auch einen YouTube-Kanal machen. Danke dir. Danke nochmal. Schön, dass du mitgemacht hast. Schön, dass du mitgemacht hast. Hat Wolfgang nichts zum Schluss noch zeigen wollte. Vier Stunden und 25 sind wir gegangen. Das Zimmer war da. Also aber, wie gesagt, Kedi-Halle ist super. Also, haben wir wieder ein bisschen was gemacht. Ihr könnt kommentieren. Abo dalassen. Score ist unten eingeblendet. Spielt den Platz hier mal. Wie gesagt, 25 Prozent, wenn ihr euch noch erinnern könnt, welcher Platzachse ich wurde. Mit der Mannschaft und Europameisterschaften. Gut Golf. Danke fürs Zuschauen. Wir waren besser als Achter. Gut. Also. Ich freue mich ganz besonders auf Tobi Angerer. Servus Tobi. Sebastian. Grüß dich. Grüß dich. Hi. Servus. Alles gut. Ich habe in jedem Rennen 100 Prozent gegeben. Und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Dass ich sagen kann, da war halt dann einfach an dem Tag. Das kann ich nicht beeinflussen, wenn einer besser ist. Was ichoccupiert? Bis zum nächsten Mal. Gehalts. Tag. ��라.